Moin sind ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße wieder herzlich zurück zu Minecraft. Wir sind erstaunlicherweise immer noch dabei, diese Klingel für unser Golfloch zu bauen. Ich muss mit dem Stichchen Kaffee trinken. Aber wir kommen voran. Nachdem ich mir die grundlegenden Basiskenntnisse des Klingelbaus wieder angeeignet habe, kann es nun weitergehen. Die Frage ist, wie machen wir es? Ich habe es ein bisschen doof angelegt, würde ich sagen. Deswegen bauen wir hier nochmal ein bisschen um. Wenn ich das jetzt hier, warte mal, wir bauen mal im, hier warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Wenn ich das so mache und dann so. Und dann so, genau. Guck mal, so machen wir das. So machen wir das. Und dann geht es auch schon. Dann bauen wir den ersten Klingelblock nämlich hier hin. Ups, das ging sehr schnell. Da habe ich ein bisschen zu fleißig den Stein weggearbeitet. Wo ist denn jetzt hier der Bruchstein? Tja, ich habe ihn zwar abgeerntet, aber er ist weg. Er ist wirklich weg. Er ist einfach weg. Ach nein. Es ist einfach Stein. Alter. Hm. Eigentlich nicht. Das ist der, ne, das ist es nicht. Das ist der gebackene Stein, den ich gemacht habe. Das muss Bruchstein sein. Ach, ist auch scheißegal. Sieht eh nachher keiner mehr. Okay. Lassen wir uns nicht so lange aufhalten. So. 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 Und jetzt müsste das wie folgt gehen. Ich muss glaube ich den angucken, wo es hin soll, ne? Was ist das für eine Ads-Scheiße? Warte, ich muss mir eben die Decke ein bisschen aufpimpen, damit ich was sehen kann. So. Ich denke, so muss es sein. Gucken wir mal. Ja. Bobbom hat es gemacht. Okay. Also den angucken, wo es hin muss. Und dann funktioniert es. Ja, ja, ja. Ich arbeite an mir. Ihr merkt das schon, ne? Ich versuche es wirklich, aber. Es ist nicht so einfach. Es ist nicht so einfach. So. So. Mal gucken, ob das auch geht. So um die Ecken rum und so. Ob ich denke, das wird funktionieren. Doch, mache ich mir keine Sorgen. Nee. So. Und. Dann. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Aha. Es sind jetzt plötzlich sechs. Ja, scheiße. Für fünf hat es gereicht. Okay, machen wir das noch ein bisschen langsamer. Mal sehen. Das klingt wie Melodie. Wie eine Melodie. Also wunderschön. Bam, 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 bam. Okay, jetzt brauchen wir doch noch so ein Ding. Hilft nix. R, P, T, P, Fuchsturm. Naja. Dann machen wir mal noch so ein Teil. Während wir das tun, erzähle ich euch mal ein bisschen was. Ich wollte ja ein bisschen von meinem Urlaub erzählen. Und. Ich möchte auch von Wacken erzählen. Normalerweise, wer meinen Kanal ja jetzt schon ein bisschen länger kennt, der weiß, dass im August ist immer Wacken Urlaub. Und normalerweise wäre genau jetzt, heute wäre last day of Wacken. Und normalerweise wären wir da gewesen. Diesmal haben wir sogar so einen Mutti mit hingeschleppt. Also meine Mutter hat sich das schon immer gewünscht, seit Ewigkeiten, dass sie da mal hin. Sie will da einfach mal hin. Sie will da einfach mal hin. Früher wollte sie einfach nur mal ins Dorf und nur gucken. Also sich einfach nur hinsetzen. Aber sie hört ja selber auch Metal. Und. Deswegen. Ne. Sie will es einmal erleben. Und. Dieses Jahr haben wir gesagt. Komm. Wir schleifen sie da jetzt einfach mal mit hin. Weißt du. Aber wie das natürlich so ist. Immer wenn man für Mutti was Gutes tun will. Bericht die Welt zusammen. Und dann hat sich irgendwie mal so eine globale Pandemie überlegt. Komm. Lass mal abgehen. Und naja. Dann war es das erstmal. Aber nächstes Jahr werden wir es wieder versuchen. Vielleicht haben wir bis dahin die Welt wieder in Ordnung. Also. Soweit. Dass man das dann in Ordnung nennen kann. Also einfach besser. Besseriger. Wäre ja wünschenswert. Wir dürfen gespannt sein. Und naja. Normalerweise wären wir da jetzt. Und die haben das dieses Jahr ganz kurzfristig als Ersatz in so eine Online-Event umgewandelt. In der Kooperation mit Magenta Musik 360. Verstärker. Und ich dachte erst. Naja. Naja. Aber ich sag wie es ist. Es tröstet. Tatsächlich es tröstet. Es tröstet wirklich. Und das geht seit Donnerstag. Ich hab natürlich jetzt aber leider keinen Urlaub. Deswegen. Zum Glück fangen die immer erst so 16 Uhr an. Und Donnerstag und Freitag hab ich so die ersten Konzerte nebenbei so laufen lassen. Und dann nach dem Feierabend auf dem Couch. Und. Bier hier in der Bier. Und einfach ein bisschen Wackenfeeling aufgebaut. Und wir chatten dann. Wir haben so eine Wacken. Ich hab so ein Wackencamp. Was ich seit. Boah. Keine Ahnung. Ich glaub seit 2007. Seit 2007. Jährlich organisiert so ein Camp in Wacken. Und da hat sich halt auch schon so eine kleine feste Gemeinde gebildet. Die. Also so ein paar sind eigentlich jedes Jahr dabei. Und. Da haben wir eine eigene Telegram Gruppe. In der wir uns immer unterhalten. Und da chatten wir dann jetzt. Während wir uns diese Livestreams angucken. Chatten wir dann da drin zusammen. Und da kommt schon ein bisschen Feeling auf. Vor allen Dingen. Einige Konzerte werden halt tatsächlich live übertragen. Und da haben sie so eine neue. XR VR Bühne aufgebaut. Das Ding ist halt. Ich dachte erst Spielerei. Warum bin ich jetzt eigentlich hier. Aber tatsächlich ist das richtig cool. Und zwar müsst ihr euch das so verstehen. Die haben eine Bühne aufgebaut. Eine ganz normale. Ich glaub 13x8 Meter. Da stehen die Künstler drauf. Und das Ding. Diese Bühne. Wird in eine Virtual Reality Umgebung eingebettet. Da haben die dann einfach virtuell. Die Wackenbühnen nachgebaut. Und den Turm. Und all so ein Kram. Und können jetzt Kameraschwenke machen. Als wenn man auf einem Festival. Wäre das auch so ein animiertes Publikum. Und wer Bock hat kann sich dann. RPTP. Fuchsloch. Wer Bock hat kann dann. Mit so einem QR-Code scannen. Und dann einen Zoom Live Feed übertragen. Dann wird dann dein Zoom Live Feed im Publikum angezeigt. Dann hast du dann unten im Publikum lauter Zoom Feeds. Vorne ist die Band. Und man kann dann halt Kameraschwenke machen. So als wäre das wirklich auf einem Festival. Weil halt diese Bühne in Echtzeit in die 3D-Umgebung gesetzt wird. Und damit können die dann auch Light-Effekte machen. 3D-Effekte. Also es bietet dir halt ganz neue Möglichkeiten. Und ich dachte es wäre mega Spielerei und so. Aber tatsächlich. Es kommt halt Feeling auf. Weil du hast halt wirklich schon so ein bisschen Festivals-Flair. Und das Ding kann man sich optional, wenn man Bock hat, auch mit einer VR-Brille angucken. Dann bist du halt wirklich ein Dödel, der da im Publikum vor der Bühne steht. Ich habe das gestern aus Interesse mal ausprobiert. Habe mir bei Beyond the Black dann meine Index angeschmissen. Und zack, stehst du dann da vor dieser 3D-modelierten Bühne. Kannst deinen Kopf drehen. Und die Band ist halt auf die Bühne fixiert. Und in dieser virtuellen Umgebung. Und dann stehst du da halt vor der Bühne. Also tatsächlich. Ganz schön geil eigentlich. Also so als Übergangslösung ist es auf jeden Fall angenehmer, als einfach nur eine Konzertaufnahme in einem Studio zu sehen. Weil du halt, du kannst künstliches Publikum einspielen. Da werden dann auch diese kleinen Punkte machen. Dann Moshpits und sowas. Das ist halt echt witzig gemacht. Okay, der letzte geht nicht. Why does it not work? Weil es falsch rum ist. Das Viereck, das ist falsch rum. Es ist falsch rum. Wieso ist das falsch rum? Das Viereck hier muss am Ziel sein. Also eigentlich war es richtig. Ja, so. Ist das jetzt zu lang oder was? Jetzt geht's. Ich würde sagen, aber das ist zu langsam. Wir machen mal nur ein. Nur mit einem Verzögerung. Eine Verzögerung reicht. Naja, und das gönne ich mir auf jeden Fall aktuell. Seit Donnerstag ist jeder Abend mit, ähm, mit, äh, dem Wacken-Livestream versehen. Und meiner Wacken-Gruppe. Und dann trösten wir uns darüber ein bisschen. Es ist tatsächlich wirklich ganz schön. Also ich hätte es nicht gedacht. Ich dachte halt, es wird wirklich mehr so Spielerei, bla bla bla. Aber nein. Ich muss sagen, es ist wirklich cool. Und vor allen Dingen für diejenigen, die mal einfach mal reinschnuppern wollen, was da los ist. Und ihr könnt euch das gerne gönnen, weil es kostet halt nichts. Es ist komplett gratis. Das finde ich halt richtig gut, ne. Die ziehen sich da jetzt nicht nochmal. Also ich hätte jetzt auch kein Problem damit gehabt. Das sind jetzt wirklich das komplette Festival mit, also auch Live-Konzerten von Beyond the Black waren dabei. Und richtig bekannte Leute. Also ich hätte jetzt kein Problem damit gehabt, hätten die da gesagt, komm, da kostet mal 5 Euro oder 10er oder so. Also ich persönlich hätte es in Ordnung gefunden, definitiv. Aber nö, es ist komplett gratis. Und das macht die Sache natürlich noch attraktiver, ne. Kann jeder direkt auf Wacken World Wide live streamen. Gut, wenn ihr das jetzt hier hört, ist das Event eh vorbei. Aber könnt ihr mal reinschreiben, wenn es sich jemand gegeben hat, was, wie habt ihr es denn so empfunden? Es sind ja auch ein paar Mettler dabei bei mir, die das, die hier zugucken. Würde mich mal interessieren, wenn ihr auf Wacken gegangen seid, wie, wie ist das so für euch heute, dass Wacken dieses Jahr ausfällt? Bei mir ist es halt eigentlich ein Problem, weil ich letztes Jahr ja krank war mit Cozzaritis. Und das da, ja, davor, was war denn da los? Da habe ich Fieber gehabt. Also das war ja schrecklich, ne. Ich habe jetzt zwei Jahre lang kein Wacken mitmachen können. Ich war wenigstens einmal da. Da habe ich es geschafft, den ersten Abend hinzugehen. Das ging immerhin noch. Ähm, ich muss mir einen Bruchstein holen. Ähm, RPTP Fuchstum. Da war ich zu Hause. Das ist traditionsmäßig immer so, weil meine Muddi relativ nah bei Wacken dran wohnen. Treffen wir uns immer alle bei Muddi. Machen dann noch ein Wochenende bei Muddi, kaufen dann da im lokalen Edeka ein, beladen das Auto. Und dann geht es morgens gemütlich. Das sind dann nur noch 40 Minuten, weißt du, nach Wacken. Und da waren wir schon bei Muddi. Als chillig. Und ich hatte halt mega, mir ging es echt nicht gut. Ich kann jetzt nicht angehen, Alter. So eine Scheiße, muss auch nach Wacken und so. Und wie eine Mutter das natürlich macht, die sich um dich sorgt. Die sagt dann, Junge, du bist krank. Das geht nicht, du bleibst besser zu Hause. Das macht eine Mutter. Meine Muddi macht das nicht. Meine Muddi kam an und hat gesagt, so, ich habe hier so Sachen. Das sind so, ja, so Mittel. Ich rühre da mal was zusammen. Und dann hat die mir so einen Schmerz-Überlebens-Cocktail zusammen gemixt. Und damit ging es dann schon. Und damit ich da ja hin kann, weißt du, damit ich da ja hin kann. Ja, und dann haben wir das halt durchgezogen. Und dann bin ich da hingefahren. Habe den ersten Abend noch, also wirklich habe ich Gas gegeben. Erster Abend, die Freude. Man hat sein Zelt aufgebaut. Man hat sein Camp da gehabt. RPTP, Fuchsloch. Ich habe Spaß gehabt, sage ich mal so. Also ordentlich Spaß gehabt. Also alles eigentlich schick. Und am nächsten Morgen, erster Tag Wacken. Also der richtige erste Tag mit Bands und so. Der erste Tag ist immer Anreisen, Zelt aufbauen. Wir sind immer ein bisschen früher da. Weil dann hast du den ersten Tags campen, mit den Leuten schnacken und so. Und dann der nächste Tag, dann geht es meistens los. Und dann war der erste Tag. Ich wache auf nach dem ersten schönen Abend. Und ich konnte nichts hören. Ich hatte richtig, also ich kann es gar nicht beschreiben, als wäre ich in einer Kuppel. Ich konnte nichts hören. Und dann kam ich da aus meinem Zelt gewackelt. Und die Mutter von jemand anderem war auch noch da. Also wir hatten noch eine andere Moodie. Das kommt öfter mal vor, dass die Moodies mitkommen, weißt du. Das ist einfach cool. Da sind ein paar Moodies dabei und dann geht das auch schon, ne. Und dann guckt mich so die Moodie an und meint, Alter, du siehst ja mal richtig scheiße aus. Du bist ja richtig tot. Ich konnte nichts hören. Ich habe es ganz mittel verstanden. So, ich so, oh, fuck, Alter. So, ich mache immer kurz, ich erzähle gleich weiter. Ich muss mal eben hier einmal den Sound auschecken. Okay, das wird wieder richtig hässlich, aber das ist eine Blaufluchsklingel. Die muss so klingen. Das kann nicht melodisch sein. Vor allem mit dem Ton kriege ich eh nichts Schönes hin. Keine Ahnung, warum das bei mir so... Alter, was ist das für eine Scheiße? Ja, so ist das nun mal jetzt, ne. Schon richtig hübsch. So. Ich habe keine Ahnung, was da abgeht. Aber egal. Jetzt machen wir hier mal wieder schönen Rasen drauf. Da dann auch keiner sieht, was ich da verbrochen habe. Und dann gucken wir nochmal. Ja, ich finde, das ist... Das geht wohl klar. Damit, meine Freunde, haben wir jetzt auch Ton. Und unser Loch ist abgeschlossen. Ich bin ziemlich stolz. Er hat mich dann diese Mutti angeguckt und meinte, Alter, du siehst mal richtig scheiße aus. Und mein Freund war auch noch mit dabei. Und mein kleiner Bruder. Und das war auch noch so ein Mörderwacken-Schlamm-Eskalationsding. Weißt du, das war sowieso fürchterlich, zum Camping-Ground zu kommen. Da sind wir noch nicht mit meinem eigenen Auto gefahren. Inzwischen fahre ich immer mit meinem Auto. Ich habe es aufgegeben. Aber während ich noch kein Auto habe, habe ich mich immer fahren lassen. Und hatte dann so eine Karren, so eine Schubkarren. Ja, Schubkarren ist falsch. So ein Ding. Mit so Rädern dran, ey. Und so einer kleinen Metallplatte, wo man Dinge draufstellen kann. Da habe ich dann immer meine zwei Paletten Bier draufgestellt. Meine Reisetasche und allen Kram. Und habe dann diesen Wegechen einfach zum Camp gezogen. Es ging wunderbar als Fußgänger. Aber dann hatten wir diese Modder-Eskalationswacken. Wo du teilweise knietief im Schlamm standest. Und da war das mit dem Wegelchen schon ein bisschen scheiße. Und das war wieder eins davon. Das war das Katastrophending. Da habe ich während dem Weg... Hat der gerade ein Ei verloren? Vom Weg vom Pick-Up-Platz. Also wir wurden abgesetzt. Und dann zum Camping. War es so modderig. Also teilweise bist du bis zum Knie in Modderlöchern versunken. Da haben wir dann unsere Wagen da durchgeschleppt. Und ich habe es geschafft. Ich weiß nicht, wie es möglich war. Ich hatte meine Schuhe an. Und Socken natürlich. Und ich hatte es geschafft, meinen Socken zu verlieren. Der Socken war weg, aber der Schuh war noch an. Magie. Das ist die Wacken-Magie. Das ist bis heute noch eine Frage und ein legendäres Ding, wo wir uns alle stellen. Wo ist der Socken hin? Wie ist es passiert, einen Socken zu verlieren, aber der Schuh war noch an? Es ist unfassbar gewesen. Und dann ging es halt nicht mehr anders. Ich habe dann versucht noch, aber ich konnte nichts mehr hören. Ich habe Fieber gekriegt. Und dann meinte ich, Leute, hilft nichts. Dann hat mich meine bessere Hälfte noch ganz liebevoll durch den Modder wieder zurück an den Pick-Up-Platz beglitten. Das war schon sehr lieb, muss ich sagen. Weil das da nicht alleine laufen musste. Es war echt anstrengend. Also ich wollte es niemandem wünschen, den Weg zu gehen. Und dort hat mich dann meine Moody eingesammelt. Und dann saß ich zu Hause, war im Zimmerchen von meiner Schwester, weil die gerade nicht da war, lag da dann krank, siechend im Bett rum. Und weil ich nicht umschalten konnte, ich habe den Fernseher da angemacht für die Hintergrundbeschallung, hatte mal einen kleinen E-PC oder irgendwas dabei. Da hatte ich noch keinen MacBook, weiß nicht mehr, was das war. Irgendeine Linux-Kiste. Und habe darauf Tuken-Nuken-3D gedaddelt, während ich nebenbei den Wacken-Livestream geguckt habe. Oder Werbe-TV, weil ich nicht umschalten konnte. Also da lief dann die ganze Zeit immer Werbung für den Nicer-Dicer. Ich habe tagelang Nicer-Dicer-Werbung gesehen, bis ich aus Verzweiflung einen Nicer-Dicer bestellt habe. Und tatsächlich, das Ding war nicht schlecht. So, das war halt das 2018er. Und beim 2019er haben wir es ja nicht mal nach Wacken geschafft. Dann wurden wir uns dann bei Moody getroffen. Haben abends den Vorabend noch ein paar Cocktails getrunken. Mit offensichtlich Eis, das irgendwie kontaminiert war. Den Tag drauf hatten wir schon alle so ein bisschen Bauschmerzen, die die Cocktails getrunken hatten. Aber nur wir. Und dann sind wir aber noch einkaufen gegangen. Schön einkaufen, den ganzen Wackenkram, Auto vollladen, alles gemacht. Und dann die Nacht plötzlich, so abends, 20 Uhr, fängt mein kleiner Bruder an. Also, das ist was ich noch nicht erlebt. Der ist einfach aus sämtlichen Öffnungen explodiert. Es war ekelerregend. Da wusste ich schon, okay, Wacken werde ich dann wohl alleine gehen. Mein kleiner Bruder kommt nicht mehr mit. Und dann nachts Uhr zwei, kurz vor der Abfahrt, morgens um sechs wollte ich los, nachts um zwei war es dann bei mir auch soweit. Ich bin durch die Wohnung geeiert, auf der Suche nach irgendeinem Behältnis, in das ich reingallern kann. Aber da ich da nicht mehr wohne, wusste ich nicht mehr, wo was ist und habe dann aus Verzweiflung eine Auflaufform genommen. Und ja, diese Auflaufform rettete mir das Leben. Ja, und dann war wieder Wacken zu Ende. Und jetzt habe ich zweimal kein Wacken erlebt, habe mich so auf 2020 gefreut und wupp, kommt die Corona-Krise, ne? Aber ich sage, wie es ist, auch da darf man jetzt nicht wütend oder traurig sein. Da müssen wir gemeinsam durch. Das ist eine globale Scheiße, die wir gemeinsam aushalten und tragen müssen. Und ich finde, für das Wohl von allen, ja, kann man auch mal auf ein Jahr lang Konzerte und Party und Co. verzichten. Also, das ist so meine Meinung. Und was hast du mal mit Post gekriegt? Lass mal gucken. Ich finde, es gibt so viel Gejammere, ich muss wieder raus und sowas. Aber ich sage mal, wie es ist, das wird vorbeigehen, weißt du? Und da müssen wir jetzt alle durch. Und da muss man halt, oh mein Gott, da muss man halt mal den Ball flach halten. Ich finde es auch kacke. Ich will auch gerne, ich vermisse Konzerte so sehr. Ich vermisse so sehr Konzerte. Aber hey, Post für Fuchs. Alter, hier ist ja richtig was los. Weil ich muss mal erstmal das Inventar leer räumen. Dann guckst du mir mal die Post an. Habe ich schon ewig nicht mehr in meinen Briefkasten geguckt. Ja, was müssen wir dann als nächstes machen? Muss man gerade mal in mich gehen. Ich labere hier gerade euch voll dicht und mache nichts. Lauf nur nebenbei rum. Wir haben jetzt unseren... Das haben wir fertig. Ah, gut, okay. Wir müssten natürlich noch den Rest unserer Rüstung... Wir haben eigentlich nur noch die Silk-Achse. Wir bräuchten nochmal so eine Farming-Runde. Das müsste eigentlich nochmal sein. Und was hatte ich noch vor? Was habe ich denn noch gemacht? Irgendwas wollte ich noch machen. Ich hatte auch noch dieses Bedürfnis, so ein automatisiertes Lager zu bauen. Das habe ich immer wieder verworfen. Weil automatisiertes Lager so viel Eisen verbraucht. Da goll hast du nur noch ab. Also das muss nicht sein. Aber was hatten wir denn noch vor? Irgendwas wollte ich noch machen. Muss mal in mich gehen. Jetzt räumen wir aber erstmal das Inventar leer. Vielleicht machen wir doch so ein kleines automatisiertes... Ich habe mir das auch schon mal angeguckt. Aber ey, da brauchst du so viel Eisen. Unnormal. Also ganz ehrlich, dann... Dann sortiere ich lieber selber. Also, heftig. Da, da, doch, ja. Deswegen, ich konnte es auch verstehen, wir wollten immer alle meinten, ich muss auch viel Eisen fahren. Nachdem ich mir dann die Anleitung angeguckt habe, wie man so ein Ding baut, war es mir dann auch bewusst, warum das so ist, ey. Abgefahren. So, guck mal, wir haben noch eine Diamant-Hacke. Diamant-Spitz-Hacke. Wir müssen mal gleich mal ein bisschen hier in unsere Schulker-Kiste reingucken. Wir müssen mal gucken. Also, was habe ich denn hier noch? Die Lilitz, Diamantstiefel, Diamantschutz, wo ist denn das... Die Golfstiefel, habe ich die an? Schau, nichts gut zu... Ne. Wo habe ich die Golfstiefel hin? Ah. Das kommt hier jetzt erstmal wieder rein und das kommt hier wieder rein. Also, naja, wir könnten noch, wie gesagt, noch ein bisschen antiken Schrott farmen. Ich weiß, das ist nicht das Spannendste. Aber das wäre halt noch auf der Agenda, sag ich mal. Damit wir einmal alles neu gemacht haben. So, jetzt räumen wir erstmal die Post leer. Also, jetzt noch die Post leer räumen. Dann würde ich sagen, machen wir danach nochmal ein bisschen Schrott farmen. Und ich quatsche euch mit meinem Urlaub ein bisschen voll, was ich alles Tolles erlebt habe. In dieser Corona-Zeit. Ich bin ja einer, ich bin tatsächlich einer von denen, die gesagt haben, weißt du, scheiß drauf, ich bleibe zu Hause. Ich mache nichts mehr. Ich fühle mich eh nur unwohl. Und das Einzige, was wir noch an Erlebnissen haben, ist Einkaufen gehen und vielleicht mal in ein Restaurant. Das ist so das, was wir hier zur Zeit noch erleben. Mehr passiert hier nicht mehr. Und, ähm... Ja, dann habe ich ein bisschen gehadert, aber... Mein Bruder hat mich dann doch überzeugt. Komm, wir machen so einen schönen Heimaturlaub. Schön, einfach nur in Baden-Württemberg rumlaufen. Alles draußen. Kein Stress. Corona safe, sozusagen. Aber dann habe ich gesagt, okay, das kriegen wir wohl hin. Aber, davon erzähle ich euch dann nächstes Mal. Wir werden jetzt beim nächsten Party Post eben einmal gucken. Und dann werden wir doch noch ein bisschen antiken Schrott fahren. Wir brauchen ein bisschen. Wir brauchen nur einmal drei. Das ist noch ein bisschen. Die ganzen Rüstungsteile müsste man auch noch machen, ne? Ich denke mal, eine Runde machen wir noch. Eine Runde machen wir noch. Auch wenn es... Es ist nicht das Spannendste, aber ich würde schon gerne einmal das Set komplett haben. Müssen Sie nicht sagen, wie es ist, ne? Und ich habe ja noch ein paar Tipps gekriegt, wie man es am besten macht. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Wenn es mir zu langweilig wird, hören wir wieder auf. Okay, aber jetzt bedanke ich mich erstmal bei euch fürs Zusehen. Hoffe ihr soweit bei Ihnen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst mir eine Däumeline da. Kommentar und Feedback natürlich immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Paar wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken.